Ein Tabak-Review von mir in normaler Länge auf YouTube. Eigentlich ein seltenes Ding, aber das ist für mich auch ein seltenes Ding. Ein Virginia, der so lecker ist, dass der tatsächlich bei mir relativ häufig in der Rotation ist. Mittlerweile rauche ich ja sehr, sehr viel Dark Blend und da kommt Virginia relativ häufig zu kurz. Jetzt kam allerdings eine neue SK-Sorte raus, und zwar der Big Bag Man. Und das ist nicht nur für mich persönlich die beste SK-Sorte geworden, sondern einer meiner Lieblings-Virginia-Tabak-Sorten overall. Was das Ding kann, was das ist, machen wir jetzt. Der Big Bag Man soll sein, eine Mischung aus Johannisbeerensaft, schwarzen Beeren und einer Traube. Und das ist schon einfach, also als ich gehört habe, was da drin sein soll, war mir schon relativ klar, das klingt nach etwas, das mir sehr gut schmecken könnte. Johannisbeere, großer Fan. Dunkle Beeren, großer Fan. Traube, habe ich auch schon das ein oder andere Kilo weggeraucht. Und die Kombination aus diesen Sorten ist etwas, was ich mir auch sehr, sehr oft selbst gemischt habe. Und dann kam der Big Bag Man. Und dann musste ich es mir nicht mehr mischen. Außer zum Beispiel da noch mit einem Blurry oder so, noch ein bisschen Dark Blend dabei. Da bin ich leider immer noch schuldig, das muss mit dazu. Wir kommen zum Geruch. Als erstes und am dominantesten für mich persönlich ist die Johannisbeeren-Note. Es ist ein eher saurer Tabak, der aber definitiv auch süße Noten mit dabei hat. Aber die Johannisbeeren-Note, die da direkt durchkommt, ist wirklich geisteskrank geil. Man kann einen Beerenmix erahnen, ist für mich aber mehr ein Johannisbeere- und Traube-Tabak. Der Beerenmix ist meiner Meinung nach da eher so eine unterstützende Note, die noch hinten dran ist. Aber die Mischung, als ich den Tabak das erste Mal gekauft habe und dran gerochen habe, dachte ich mir schon, bitte, 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 lasst ihn auch nur ansatzweise so gut schmecken, wie er gerade riecht. Wir kommen zur Rauchentwicklung. Also, Rauch immer noch, absolut hervorragend. Rauchverhalten auch, 1 plus mit Sternchen. Ich habe ihn meistens im Funnel mit HMD geraucht, der war aber auch schon das eine oder andere Mal in einem Meerlochkopf mit drin, dann aber immer in einer Mischung mit Darkblend. Jetzt habe ich ihn gerade pur an und den Kopfbau zeige ich euch jetzt auch nochmal. Schnitt und Feuchtigkeit ist, wie man das von SK gewohnt ist, das ist alles wunderbar. Ich hatte jetzt bei dem Kopfbau ein relativ großes Tabakblatt, war aber auch im Lowload kein Problem, das irgendwo mit unterzubekommen. Von daher kann ich mich da nicht beschweren. SK hat sich generell gemacht, die hatten ja dann eine Umstellung, wo er etwas feuchter und etwas intensiver geworden ist. Hat auch den anderen Sorten gut getan, meiner Meinung nach. Aber die Sorte auch absolut erst rein. Also Geschmack hat gut lange gehalten, Schnitt und Feuchtigkeit war angenehm. Und das Ganze im Lowload zu bauen war kein Problem. Das heißt, in einem Funnel mit kleinem Depot, absolut kein Problem. Und das ist eigentlich immer so der Härtetest, ob ein Schnitt dann wirklich gut ist. Geschmack. Machen wir es kurz. Er kann halten, was der Geruch versprochen hat. Es ist nicht eins zu eins dasselbe, wie das eben immer der Fall ist. Geruch und Geschmack sind immer zwei unterschiedliche Sachen. Aber er schmeckt verdammt geil. Es ist ein schön saurer Johannisbeeren-Tabak mit einer leckeren Traubennote dabei. Und man merkt, dass da noch was anderes ist. Ich könnte euch jetzt aber nicht genau sagen, das sind 2,8% Blaubeere und noch 3,1% Distas-Beere. Weiß ich nicht. Aber Johannisbeere und Traube, beides einfach eine göttliche Kombination. Für mich nicht nur der beste SK, sondern einer meiner Lieblings-Virginia-Tabaks geworden.